Wie kannst du diese Emotionen loslassen? Wie kannst du all den Schmerz, der in dir sitzt, loslassen? Wie kannst du dich davon befreien? Immer wieder gibt es Gegebenheiten. Immer wieder gibt es Probleme. Immer gibt es Geschehnisse. Immer gibt es Menschen, die in dein Leben kommen und dir alles kaputt machen. Emotional. Und dich belasten. Aber wie wirst du es los? Wie nimmst du diese Last und lässt sie los? Lässt sie gehen. Durch Vergebung. Vergebung ist eine der stärksten Emotionen, die es überhaupt gibt. Aber manche Menschen sind nicht bereit zu vergeben. Das ist das Problem. Ein Mensch hat dich verletzt, hat dich verlassen, hat sonst was gemacht. Und du sagst immer noch, nein, so jemanden kann ich nicht vergeben. So einen Menschen, so eine Frau, so einen Mann kann ich nicht vergeben. Für das, was sie getan haben. Aber da ist die Erlösung. Vergebung. Die allerstärkste Emotion, die wir haben. Vergebung. Damals, als ich meinen Zusammenbruch hatte, meine Depression hatte, als ich bei einem Knast war und so weiter, als ich nur Scheiß gebaut habe, war es das, was mich befreit hat. Dass ich mir selbst vergeben konnte. Und erst das hat mich befreit. Erst das hat mir ein neues Leben beschert. Und das ist das Ding. Du bist vielleicht noch nicht bereit zu vergeben. Deswegen kannst du nicht loslassen. Wenn dich jemand verlässt und im Stich lässt und dir wehtut, sag dir deinen Kopf, nein, das geht nicht. Ich wurde verletzt. Ich wurde verletzt. Er hat mir wehgetan. Sie hat mir wehgetan. Ich will sie zurück. Ich will ihn zurück. Aber weißt du, warum du sie zurück willst? Weißt du, warum du ihn zurück willst? Nicht, weil sie oder er so toll ist, sondern weil du nicht mit deinen Emotionen klarkommst. Nur deswegen. Das ist alles. Es geht gar nicht um sie oder ihn. Es geht um dich. Dass du wieder Ruhe findest. Aber du kannst nur Ruhe finden, wenn du vergibst. Wenn du sagst, ja, es ist in Ordnung. Ja, es ist okay, dass du mich verlassen hast. Und du bist trotzdem toll. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die es gibt. Emotionale Fitness. Wir haben all unsere Macht abgegeben. An all die Menschen um uns rum. Wenn wir Fernsehen gucken, wer denkt für uns? Der Fernseher. Wenn wir Filme gucken oder sonstiges oder Musik hören. Wer fühlt für uns? Die Musik. Die Filme. Sie übernehmen unsere Emotionen. Wir sind gelenkt. Aber deine Emotionen, deine Gedanken gehören dir. Niemand sonst. Und das ist das Ding. Du hast einfach verlernt, sie zu nutzen. Sie zu besitzen. Und deine Macht immer mehr und immer mehr und immer mehr abgegeben. Wie oft meditierst du? Wie oft kommst du zurück zu dir selbst? Und schaust mal rein, was da drinnen los ist. Wie oft fokussierst du dich? Wie oft fokussierst du dich auf eine Sache, damit deine Gedanken klarer werden? Stattdessen lassen sich die meisten ablenken. Von links, von rechts, von überall. Von allen Seiten. Und geben ihre Macht ab. Und verlieren so all ihre Emotionen, all ihre Gedanken. Und wenn dann da jemand ist, dem sie all ihre Emotionen gegeben haben und sie verlässt, kommen sie nicht mehr klar. Und das ist das Ding. Wenn du wirklich stark sein willst, wenn du wirklich klarkommen willst, musst du stärker werden. Die Welt wird nicht einfacher werden. Du musst deine Emotionen wiedererobern. Du musst deine Gedanken wiedererobern. Du musst verzeihen können. Und verzeihen kannst du nur, wenn du emotional fit bist. Wenn du ins Fitnesscenter gehst, trainierst du deinen Körper. Genauso musst du deine Emotionen trainieren. Genauso musst du deine Gedanken trainieren. Ansonsten bist du nur ein Opfer, das gelenkt wird. Das gesteuert wird. Es ist einfach so. Und das wird sich niemals ändern. Deswegen ist das Erste, was du machen musst, eine Entscheidung treffen. Frag dich selbst, jetzt in diesem Moment, der Mensch, der dich verletzt hat. Vielleicht sogar du selbst in der Vergangenheit. Vielleicht hast du dir selbst noch nicht verziehen oder vergeben. Wenn du dir diesen Menschen, dich oder dem Menschen, der dich verletzt hat, vorstellst, vor dir die Augen zumachst und dir vorstellst, wie sie vor dir steht oder er vor dir steht oder du selbst vor dir stehst und dann plötzlich alle Gedanken hochkommen. Du bist schlecht. Du bist mies. Du bist der letzte Dreck und all das. Kannst du diese Gedanken wegwerfen und sagen, du bist in Ordnung, so wie du bist? Ich mag dich. Es ist okay. Es ist in Ordnung. Denn denk immer daran, nur Menschen, die verletzt werden, verletzen andere. Niemand ist mit Absicht ein Stück Scheiße. Jeder glaubt, dass er das Richtige tut. All die Menschen, die dir wehtun, glauben, dass sie das Richtige tun. Also kannst du verzeihen? Kannst du diesen Menschen, der jetzt vor dir steht, in den Arm nehmen und sagen, ja, okay, es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich verzeihe dir. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Wenn nicht, bist du nicht emotional fit. Dann hast du noch eine Reise vor dir. Dann hast du noch einen Weg vor dir. Dann musst du noch an dir arbeiten. Deine Macht zurückgewinnen. Aufhören andauernd am Handy zu sein. Aufhören andauernd dir irgendwelche Filme reinzuziehen. Aufhören andauernd dir Fernsehen reinzuziehen. Was passiert, wenn du beispielsweise ein Buch liest? Du denkst. Nicht jemand anders denkt für dich. Du denkst. Du erschaffst die Bilder in deinem Kopf. Du erschaffst die Gedanken in deinem Kopf. Du formst dich selbst. Niemand sonst. Und das ist das Ding. Egal, was mir in meinem Leben passieren wird. Es ist okay. Ich habe mich damit abgefunden. Es ist in Ordnung. Selbst wenn ich morgen auf der Straße lande. Selbst wenn ich morgen im Krankenhaus lande. All das hat seinen Grund. All das hat seinen Sinn. Und wer bin ich mich darüber zu beschweren? Wo es doch viele, viele andere Menschen auf dieser Welt gibt. Die ebenfalls leiden. Ich bin nicht der Einzige. Du bist nicht die Einzige. Du bist nicht der Einzige. Alles hat seinen Grund. Deswegen lerne zu verzeihen. Denn es ist die stärkste Emotion, die es gibt. Und dort wirst du immer den Frieden finden. Immer. Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Das war ein bisschen intensiv. Aber es ist die absolute Wahrheit. Wenn du nicht verzeihen kannst, wenn du nicht vergeben kannst, wirst du unglücklich sein. Hundertprozentig. Du wirst unzufrieden sein. Es ist nicht einfach. Es ist nicht leicht, den Menschen zu verzeihen, die dir irgendetwas angetan haben. Ich meinte, es könnte etwas sein von einer Trennung bis hin zu viel schlimmeren Sachen. Und dann zu verzeihen fällt schwer. Aber dort ist der Frieden. Dort ist die Freiheit. Dort ist das Loslassen. Dort kannst du endlich wieder gehen, ohne diesen fucking Ballast auf deiner Schulter. Und das ist das Ding. Kannst du es oder kannst du es nicht? Und dafür sind so viele Menschen noch nicht bereit. Wenn du etwas fühlst, dir etwas wehtut und du dann in dich gehst und dir dieses Gefühl anschaust, dir diesen Menschen verbildlichst vor dir und diesen Schmerz mit ihm oder ihr verbindest und ihn änderst und anfängst zu vergeben, zu verzeihen, verändert sich dieses Gefühl. Es verändert sich. Plötzlich verbindest du diesen Menschen nicht mehr mit Schmerz. Plötzlich verbindest du die Gedanken, die mit diesem Menschen verbunden sind, nicht mehr mit Schmerz. Und du bist frei. Endlich. Und so wirst du leichter durch dein Leben gehen können. So wirst du besser Entscheidungen treffen können. So wirst du besser handeln können und ein viel besseres Leben haben. Du kannst dich über alles beschweren und aufregen, gegen alles kämpfen. Oder du kannst nachgeben. Einfach nachgeben. Wenn du im Kampfsport nur drauf ballerst, nur drauf ballerst mit dem anderen zusammen, wird es wehtun. Wenn du aber die Hebelkräfte nutzt, wenn jemand zuschlägt, parierst und konterst beispielsweise, wirst du viel, viel mehr rausholen können und viel, viel weniger Energie verschwenden. Und genau das ist dasselbe. Wenn du verzeihen kannst, wirst du viel weniger Energie verschwenden und viel mehr erreichen können. Viel klarer denken können. Viel klarer handeln können. Aber die meisten wollen es nicht. Die meisten sind bereits so abhängig von ihren Emotionen. So abhängig davon, dass jemand anders ihre Emotionen übernimmt oder ihre Gedanken. Dass sie nicht darauf klarkommen. Wenn ich einem Koksüchtigen sagen würde, Dicker du hast ein Problem, würde er sagen, nein habe ich nicht. Labere mich nicht voll. Ich bin voll fit, alles ist in Ordnung. Bei mir ist alles top. Und genau so ist es, wenn ich jemandem sagen würde, Dicker du hast ein Problem mit deinen Emotionen und deinen Gedanken. Dieser Mensch würde auch sagen, nein habe ich nicht. Ich bin top fit, alles super. Aber es ist nicht so. Das ist eine der größten Illusionen, die es gibt. Deswegen, ich wünsche dir von Herzen nur das allerbeste. Ich wünsche dir, dass du in dein Herz gucken kannst und verzeihen kannst. Dort ist Erlösung. Das verspreche ich dir. Aber ob du dafür bereit bist, entscheidest du selber. Ob du es kannst. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Bis zum nächsten Video. Peace.